Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo, ich bin Jakob. Heute erzähle ich euch, was Parasiten sind, welche Eigenschaften sie haben und wie man sie einteilen kann. Gerade im Winter, wenn die Bäume keine Blätter tragen, habt ihr bestimmt schon mal diese merkwürdigen Bälle an den Ästen hängen sehen. Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass dieser Ball gar nichts mit dem eigentlichen Baum zu tun hat. Es handelt sich um einen Parasiten, eine Mistel. Parasitismus ist der Vorgang, bei dem ein Lebewesen, ein Parasit, einem anderen, dem Wirt, eine Ressource entzieht. Meistens handelt es sich dabei um Nahrung. Was Parasiten besonders auszeichnet, ist, dass sie sehr angewandt werden. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.